Axel und Nick hier für Pitcam und StarFM und wir stehen heute hier am schwarzen Teppich beim Metal Hammer Award 2012. Uns erwartet wahrscheinlich einiges. Ja und zwar harte Riffs, viel Alkohol und Pommesgabel zeigende Gewinner. Und wir stehen natürlich hier am schwarzen Teppich ganz exklusiv und werden gucken, wenn das Who is Who der Metal Szene hier drüber flaniert und sehen natürlich, wen wir für euch abgreifen können und vielleicht so den einen oder anderen Gewinner vorher schon ermitteln können. Wer weiß. Man wird sehen. Viel Spaß. Und wie hast du dich vorbereitet für das Show? So, prepare? We didn't drink beer yesterday, that's how we prepared. Ehm, beers, Lafters, beers for some, I guess. Ja, it'll be fun, I guess. Ja, he looks really excited. Ja, also erstmal hab ich viel gegessen, weil ich hab mir sagen lassen, hier soll es ja das eine oder andere Getränk geben. Und das war's dann auch schon an der Vorbereitung. So, are you here to present an award? I'm here to party, man. We'll see what happens, man. This is a good time. There's gonna be a lot of great music. I'm gonna get to see a lot of my good friends from the States, you know, Cory and Josh and Rob and a few other people. And it's just gonna be a great night, man. So, you guys look really good. You look like black carpet a lot. Well, Josh looks really good. How long does it take to get dressed? Josh, what's the secret of your fashion? About five minutes to get ready. Oh, there you go. And my wife put this out. Your wife put this together? Yeah. Well, it's got a very good bouffant to it, I guess, man. Yeah, like the tie. It's awesome. I mean, it's like a graphic thing. Yeah, right? It's Eddie Van Halen. Yeah, it's a black carpet event. You gotta wear all black, man. Look sharp. Yeah, it's pretty much how I've been looking the last four days. So, this is about it. Ich zie mich schon ordentlich an, wenn ich aus dem Haus gehe. Hast du Adidas endorsed? Ich hab's gesehen. Nee, bin ich leider nicht. Ich hab's nur so gekauft. So, and you're nominated as Best Album. In case of winning, where do you put down the award? Well, I have two bathrooms. Two toilets. You have one, you have to share it. I think it might be actually five hours in the band. Probably around seven or eight bathrooms. So, it might be a touring thing. Okay. Was passiert, wenn du jetzt tatsächlich den Award heute entgegennehmen musst? Freust du dich? Dann sag ich danke. Danke und tschüss. Aber du bist ja schon einiges gewohnt. Wie viele Awards habt ihr zu Hause stehen? Wir stellen die ins Büro oder im Proberaum. Ist jetzt aber schon eine große Wand voll wahrscheinlich, oder? So ein bisschen? Ja, die Stapeln war so ein bisschen. Ihr seid nominiert? Ja. Was passiert, wenn ihr es gewinnt? Habt ihr schon eine Rede vorbereitet, wie man so die Oscars? Sex. Ich danke meiner Mutter und Gott und so? Ja, der Torti dankt Gott. Ja. Auch und... Und der Bernard dankt seiner Mutter, aber ich auch. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen pöpchen. Ich meine, ich möchte nicht. Du kannst pöpchen. Ich möchte nicht pöpchen. Ich möchte nicht pöpchen. Aber ich könnte pöpchen. Es gibt eine 35%-chance, dass ich pöpchen. Nein, irgendjemand, der heute gewinnt. Keine Ahnung. Muss ich mal aufmachen. Ich hoffe, die haben groß genug... Ich hoffe, die haben groß genug geschrieben, dass ich lesen kann. Ähm... Ja. Es ist Corrie Taylor! ...Legend... ...Corey Taylor. Haha, nice. You guys awake! Don't look at me, don't look at me for now. Uh... This is, uh, honestly... Thank you very much for this, guys. You have no idea. Um... It's, uh... I'm very lucky to be able to do what I do, but I wouldn't be able to do this without the fans, without you guys. So, thank you so much. I really appreciate it. Um... And, honestly, I wouldn't be able to do this without... Uh, the people that I grew up listening to. Like, Gudo. Like, Metallica. Like, Guns N' Roses. So, I followed in really good footsteps. And, uh, I hope I can keep doing it for a few more years. So, thank you so much. Thank you, Metal Hammer, for this. Uh... Thank you. So, how do you feel? You're fresh baked winners. We're fresh baked. Can I say fresh baked? We're nicely baked. And we've just won an award. I wish we were nicely baked. And, uh... We had just won an award. Yeah. Take a closer look. It's not your average award. It's got an emblem. Oh, it's fucking sharp as well. I don't know if Sav's caught his finger on it already. I'm about to take it home because I think it could be classed as a weapon. I don't think we can fly with this. Yeah. Maybe. It's pretty cool. It's the second award we've ever won, so... We've actually... We've got two awards now. It's better than one, isn't it? Maybe, maybe some will follow. Yeah, hopefully. Yeah, we'll get a cabinet after this. Yeah. Yeah. Eine ganz wichtige Person des heutigen Abends habe ich neben mir stehen und zwar Torsten Zahn ist der Chefredakteur des Metal Hammer. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Was bedeutet der Metal Hammer Award für Deutschland? Weil es der einzige Rock und Metal Award ist, glaube ich, mal eine ganze Menge. Und wir haben damit vor vier Jahren angefangen. Zweimal haben wir es auf dem Wacken gemacht. Jetzt zum zweiten Mal, wie ihr hört, hier auch in Berlin. Zum ersten Mal ausverkauft. Also mit Sabaton als Headliner ist es natürlich echt super spitze. Alle Preisträger sind da. Wir haben zehn Kategorien und ich glaube, dass wir das in den nächsten Jahren als wirklich richtigen, ernst zu nehmenden Rockpreis für Deutschland etablieren können. Wie war der Abend für dich? Super. Was war am besten? Sabaton natürlich. Natürlich, ich war Sabaton. Hier treffen wir die Richtigen. Und wie gefällt es euch denn hier auf der Metal Hammer Award Show 2012? Gut. Mega geil. Mit dem Finger hier oben. Heavy Metal motherfucking Shit now. Kalle, wie war es heute? Sabaton waren die ersten Mal, die letzte Mal in den Kneifen können, aber danach mit Elevati und Sabaton. Abriss. Ich bin begeistert, lieber Axel. Du auch? Ich auch. Sie ist begeistert. Du bist begeistert. Ich bin begeistert. Alle sind begeistert. Er ist betroffen. Ich mag nicht nur Sabaton. Ich mag Elevati. Ich mag Washes Leaps auch ein bisschen. Und das waren die Metal Hammer Awards 2012. Und wir freuen uns auf ein Metal Hammer Award Jahr 2013. Und das ist mein Freund Udo Dirkschneider mit seinem Schlusswort. Okay, ich muss euch sagen, hat viel Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. It sounded real. Dramatische 가지고 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020